Wir wollen mit Ihnen heute Abend wirklich ein Kabinett gründen. Wir wollen mit Ihnen die Köpfe zusammenstecken. Wir wollen mit Ihnen diskutieren. Wir wollen Vorschläge formulieren und am Ende des Abends einen Beschluss fassen. Überhaupt, beginnt für uns die Geschichte im Gürtelwerb mit einem Akter Freiheit. Deshalb stehe ich jetzt hier. Auf, ihr Mitbürger, reist zu den Warten, erinnert eurer Freiheit. Wir haben das jetzt gut, das wir haben. Und ganz am Ende, wenn alle zwölf Versammlungen stattgefunden haben werden, werden wir sämtliche zwölf Beschlüsse an die sogenannte offizielle Politik geben. In Person von Oberbürgermeister Dr. Mali. Bis zum nächsten mal. Bis zum nächsten Mal.